Und damit willkommen zurück hier zu Fallout 4. Wir sind mal wieder in Sanctuary Hills und ich hatte ja angekündigt, dass ich zwischen den Aufnahmen mal ein bisschen, ähm, ja, mich ausrüste und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt schon gezeigt habe, hier die Stadt hat sich ein bisschen verändert. Ich hatte ja den, ähm, lokalen Anführer Stufe 2, äh, geskillt und jetzt habe ich hier endlich mal ein paar Läden bauen können. Habe ich mal von allem einen hier ein bisschen eingerichtet, also, ne, hier so ein bisschen mit Abgrenzung und so. Die sind auch alle besetzt, ich weiß zwar nicht, wo die jetzt hierhin gewandert sind, die Leute latschen hier durch die Gegend. Und außerdem habe ich mal ein paar Handelsrouten eingeführt und hier ist übrigens die Bar. Dachte ich hier so ein bisschen gemütlich. Und, ja, und unser Braubot ist jetzt auch da. Der steht immer schön hier an der Bar, unser Saufkumpan, und macht halt immer schön frische Klamotten. Und wenn man den Rezept bringt, ich hatte noch eins im, äh, ja, in meiner Ablage da und so ein lecker, ich weiß sogar nicht, was es war, Gin Quinnet oder irgendwas. Und, äh, hat da jetzt immerhin schon mal zwei Rezepte. So, was hatte ich noch gemacht? Hier hinten habe ich noch, ähm, zwei Häuschen hingepflanzt, ganz simpel. Ähm, auch nicht großartig schön eingerichtet. Die sind genau, glaube ich, gleich eingerichtet. Ganz rudimentär. So, und das sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt, ähm, achso, vielleicht, vielleicht drücke ich mal den richtigen Knopf. So. Wie man sieht, haben wir jetzt 26 Betten mittlerweile, weil ich da noch drei Betten und hier noch drei Betten reingepackt habe. Und ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Wasser haben wir jetzt. Ähm, weil irgendwie ist die Moral nach unten gegangen. Mittlerweile geht es wieder hoch. Wir haben mehr Essen, aber da habe ich alle Leute dran gesetzt, die jetzt nicht in den Läden oder so arbeiten. Ja, und es sind irgendwie weniger Leute geworden. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein paar durch die Gegend geschickt habe. Wir waren, glaube ich, mal bei 15. So, hier habe ich noch ein paar Wasseranlagen. Hab gehört, damit lässt sich gut Geld verdienen. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, ein paar Handelsrouten eingerichtet. Hier habe ich noch ein paar Bäumchen in die Straße gepflanzt. Das sah irgendwie schön aus. Und ich habe natürlich, ähm, ich habe mehr Verteidigung gebaut. Übrigens habe ich die alle mal hier oben draufgestellt. Fällt jetzt, die standen ja immer unten. Die stehen jetzt hier oben. Oh, naja gut, außer 1, 2. Und da fehlt noch zum Beispiel ein Haus. Ähm, das, jetzt schauen wir mal kurz hier auf die Karte. Wir gehen mal raus. Es fehlt, der meckert immer noch, dass noch mehr Schutz ist. Obwohl wir jetzt schon 107 hatten. Vorher hatte ich irgendwann mit 60, also, ähm, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich finde, es ist genug. Und, ja, ansonsten war ich auch jetzt mal in den anderen Siedlungen ein wenig fleißig, sag mal. Zumindest habe ich die Grundbedürfnisse gestillt, bei den meisten zumindest. Und zwar habe ich den überall Schutz verpasst. Hier, 32 Schutz. Die Burg hat jetzt 62 Schutz. Und, naja, ein bisschen Grundessen und Wasser. Die haben jetzt auch ein bisschen Schutz. Die haben zu wenig... Oh, was? Da sind mittlerweile 11 Leute. Eieiei, da brauche ich noch ein paar Betten wohl. Die hatte ich auch ein bisschen ausgebaut mit ein paar Betten. Und Wasser, Energie und Schutz. Da scheinen sie anscheinend alle hinzuströmen. Boah, hier gibt es auch 10 Leute mittlerweile. Ja, meine Güte. Kommt die denn alle her? Da habe ich auch so ein Ding jetzt hingepackt. So ein, ähm, Leitstrahlsystem. Auf einmal sind die Siedlungen voll. Da gibt es ja gar nicht. Ja, gut. Ähm, dann gehen wir mal. Ich glaube, wir sollten mal ganz schnell nach... Ich habe nämlich gerade, kurz bevor ich die Aufnahme gestaltet habe, stand da, dass, äh, der Dingens, der, so, wo war es denn hier? Verteilung von, äh, Nordhagen. Nordhagen Beach. Da müssen wir mal ganz schnell hin, bevor, äh, das Fehlgeschlagen ist. Bevor ich jetzt weiter rumquatsche. Geh mal da mal eben hin. Ich hatte übrigens noch, äh, ich gehe schon mal hin und quatsche dabei weiter. Wo ist das denn eigentlich? Wo war denn Nordhagen? Äh, ach du Schande. Ich hatte übrigens, ähm, Vorthagen. Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Da. Ich hatte übrigens, ähm, den Mod installiert, dass man, äh, hier den, auf dem Pip-Boy die Karte, irgendwie, also die Straßen und sonst was, Terrain, ein bisschen besser sehen kann. Habe ich aber wieder den installiert, weil danach war es noch unübersichtlicher, weil man dann die Symbole nicht mehr so gut erkannt hat. Ja, ich suche noch mal nachladen. Außerdem, oh, die Waffe ist ja geil. Alter, was ist das denn für den Garten? Hier habe ich mir doch, einfach nur mal so ins Inventar gepackt. Legendärer Reiter, der, oh, ich bin fast tot. Gut. Ich sollte vielleicht mal ganz schnell, das habe ich ja, ja, völlig fasziniert von dem, von der Waffe. Ach so. Ja, man kann übrigens, äh, mit, äh, viel Wasser rechnen, wenn man so viel links da, bums da, ne? Du weißt es schon. So viel Wasseranlagen hat. Äh, stimmt denn nun auch mal jemand? Ach, das war zu spät. Da war es schon zu spät. Na, sowas aber auch. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Buff-Jet. Und dann, äh, will ich erst mal... Ja, wir können es ja mal übertreiben, ja. So. Schluss mit lustig. Hier, dieses Kampfgewehr, ne? Das habe ich mir doch einfach mal so in den Inventar gepackt. Und das mit der hohen Feuerwarte ist ziemlich geil. muss ich mal feststellen. So, die sind alle platt. Wer schießt denn da noch? Ach, der hat nur Power-Rustrom angehabt. Ist ja interessant. Wo ist der Typ? Das ist er ja gar nicht. Oh Gott, ich habe noch auf dem Siegler geschossen. Das ist natürlich gar nicht so gut. Wo ist denn der Legendäre hin? Hä? Ist der denn mit drauf hier? In dem Atompilz? Da. Tatsächlich. Das ist doch schön. Gut, haben wir hier alles? Gibt hier noch so rum? Nichts weiter. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, der Mann ist wieder da. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe die Städte ein bisschen ausgerüstet. Mache ich jetzt hier vielleicht auch nochmal eben kurz. So, die brauchen Wasser. Ich habe den gerade, ja, Wasserpumpe zerstört, scheinbar, mit dem Atomschlag. das ist natürlich nicht so sonderlich klug. Wo können wir denn? Können wir hier, können wir da irgendwo können wir hier was hinbauen? Ähm, Wasser. Ach Mist. Ich kann hier gar nichts hinbauen, weil ich hier nix, aber auch gar nix habe. Äh, ich habe hier noch keiner Dings, ach ja genau, siehst du, ich habe hier noch keine Routen gesetzt und das wollte ich mal eben gezeigt haben, hier. C, Versorgungsrouten, ein. Jetzt sieht man hier so ein bisschen, äh, ne, und da waren wir noch nicht. und Flughafen Boston auch nicht. Den kann man wohl auch als, aber sonst, ja und die Red Rocket Station, da habe ich auch noch nix gemacht. Ich weiß nicht, das ist ja nur so ein komischer. Ähm, also jetzt schauen wir noch mal. Century Hills, Starlight Drive-In, da gehen wir mal hin, da sind zu viele Leute, hier sind auch zu viele Leute mittlerweile, das verstehe ich ja gar nicht. ähm, die Burg sind noch nicht zu viele Leute, da muss ich nämlich auch noch n Dingsbau und so n, äh, Sende-Mast. So, wir gehen. Ach so, so geht das ja nicht. Ha. So, hatte ich noch was vergessen zu erzählen. Ich hatte noch einen Mod drauf gemacht. Ach ja, genau. Und zwar den, ähm, für das Konversationsmenü. Oh Gott, die stehen hier alle rum, müssen wir uns nicht was im Kursen tun. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten das mal probieren. Ich wollte dir persönlich dafür danken, dass du uns das hier ermöglicht. Also gibt es irgendwas, womöglich anfangen soll? Ähm. Ja, ich zeige es dir. Ja, ich zeige es dir. Okay. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Ja, ich zeige es dir. Schieß los. Ja, was zeige ich denn? Ach, Leute. Oh, Leute. So. Kuh. Du gehst jetzt nach... Da. Jawohl. Du Fehligen mehr Essen. Wo ist denn hier noch Essen, was du nicht, ähm... Oh. Oh. Das ist natürlich ungünstig. So, hier hatte ich, ähm... Behelfsmäßig drei Betten reingestellt und tja, wie es aussieht, äh... Wollen wir mehr. Das heißt, ich baue jetzt mal ganz auf die Schnelle hier. Was bauen wir hin? Fertighaus. Zack, 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 zack. So, hier. Kleine Hütte. Und da bauen wir noch ein paar Bettchen rein. Ich habe jetzt keine Lust, mich über hier liebevoll um alle Siedlungen zu kümmern. Das mache ich nur mit Sanctuary und der ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, die haben das Nötigste. Aber das gehört wohl Betten. Ja. Schutz, da halt was da oben angegeben ist. So, jetzt liegen die Betten hier. Ich schaue mal eben, wie wir das mit den Versorgungsruppen. Sieht eigentlich alles ganz taco aus. Gut, gehen wir hier noch eben hin. Bauen da auch noch zwei, drei Betten. Ja, und dann würde ich mich eigentlich mal gerne wieder dem eigentlichen Spiel widmen. Ui, Mann, hier ist ja auch was los. Ja, wie man sieht, hier haben wir auch ein paar Hütchen gebaut. Mit so dem ein oder anderen Bett. Und würde ich mal sagen, dann setze ich hier noch eine Hütte hin. Ja, verwerten. So. So. Dann setze ich hier mal so ein Ding hin. Soll aber nicht fliegen, da soll er auf dem Boden stehen. Was ist das denn für ein Mist? Jetzt müssen wir mal verraten, warum es jetzt hier so in der Luft schweben muss. Na ja, das gefällt mir jetzt gerade aber gar nicht. Was soll denn der Scheiß? Das ist ja richtig Das ist ja richtig in dem Kleineres. Wieso geht das denn nicht hier? Ist das auch nicht auf dem Boden? Aber das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, ob ich das hier hinkriege. Scheint okay zu sein. Möbel, Betten. So, kleine Betten. Nicht so viel Platz müssen sparen. Auffanglager hier quasi. Die ganzen Siedler, die hier alle ankommen. So, sehr schön. Möbel, was haben wir noch? Dekoration, Dekoration. Hier, Strukturen. Türen. Eine Tür vielleicht noch eben hier rein. So. Alles noch dran. Wo's? Ha. Naja. So kann's gehen. So, Betten sind jetzt hier wieder genug. Ähm, achso. Ich könnte mal einen auswählen. Ich guck erst mal kurz. Ob die hier so genug Zeugs haben. Oh, der braucht wohl noch. So, die sehen hier alle versorgt aus. Die ganzen Lebensmittel, ja. Scheint es genug Leute zu geben. Oh. Wo ist er, wo ist er denn jetzt hin? Hier. Kuh. Kuh. Und, ähm, du könntest jetzt noch nach... Nach, nach, nach der Burg? Nee, Flughafen Boston. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich baue mal eben hier für das Rindvieh. Fütterdruck hin. Guck mal hier, Digga. Und dann schaue ich jetzt mal... Sind die jetzt alle soweit versorgt? Jawohl. Nordhägen Beach noch nicht. Und das machen wir jetzt. So. Siehst du. Jetzt verbringe ich doch damit, obwohl ich das eigentlich alles offline machen wollte. Aber, na gut. Ich kann ja auch mal ein bisschen mit reinnehmen. Ich hatte ja nichts. Gehört ja zum Spiel. Ja, und ansonsten hatte ich noch ein bisschen, äh, von den ganz einfachen Waffen und den... Kleidungen und sowas verkauft. Die ganzen Standard-Harnische und... Harnischs. Mit Munition entsprechend geholt. Ja, das ist auch alles. Manimation aufgestockt. Damit. So, hier. Ein dicke Geschütz-Türm. Uiuiui. Uns geht das Öl aus. So, die kamen hier, ne? Da kamen die her. Dann packen wir hier mal was hin. Und hier packen wir einen hin. Jetzt hat sich hier auch keiner versucht mehr. Hinein hin. Na, komm schon. Warte, nicht. Wieso müssen die denn jetzt hier in der Luft stehen? Das auch gehört. Oh, ein neues Level. Das ist auch schön. Das gefällt mir auch sehr gut. So. Hier in alle Richtungen was. Drei Leute, drei Matratzen. Alles klar. Energie brauchen die scheinbar nicht. Wow. Überbewertet. Wie sieht's denn aus? Wie viel Kupfer haben wir denn? Zwölf. Ich weiß nicht. Ich behalte es erstmal. Ich muss jetzt eh zur Burg. Und da muss ich noch einen Rekruzierungsstreip setzen. Und das, äh, kostet auch Kupfer. Und das ist mir schon ausgegangen, weil das für die ganzen Stromgeneratoren und die ganzen Leitungen und alles braucht Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Und dann hängst du da. So, was wollte ich jetzt machen? Energie 21 ist jetzt auch nicht die Masse. Genau, ich wollte hier einen Rekruzierungsstrahl. Und der ging wo? Der ging bei Energie. So. So sieht er auch mit da oben drauf. Jetzt sind wir jetzt hier oben drauf. So, jetzt haben wir hier oben drauf. Und die Dingen, Dingen, der boomen ist da. Dann haben wir hier ja ganz viele von diesen Generatörchen. Vier Leute, zehn Betten. Okay, das sollte vorerst lang. Wobei, wenn das auch so flott geht, dann haben wir hier gleich auch. Was ist das denn für ein Babybett? So, hier kann noch einer hin. Verwerten. Verwerten. Da können wir jetzt auch hier noch einer. So, für zum Betten. Das sollte dann erstmal reichen. Noch sind die alle nicht besetzt, aber das wird auch noch. Da sind schon sechs Leute. Jeder hat's verzieht. Was haben die genug? Essen? Wie sieht's mit Essen aus? Entschuldigung, was hab ich hier noch? Das sind so komische Kürbissen. Asche soll ja bekanntlich düngen. So, Karotten. Karotten haben wir auch noch. Meine Herren. Wie steh denn schon wieder her? Na, nirgends mal Platz hier. Zum kleinen Stand. Bus. Schon wieder? Mann, was ist denn jetzt los hier? Okay. Ich bin jetzt erstmal durch. Guck ich nochmal kurz. Jo, außer Sanctuary Hill, they brauchen einfach, also, unendlich. Oh, nee, anscheinend. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht soll ich da eine Artillerieanlage bauen und dann ist gut. Jetzt müssen wir jetzt schon wieder nach... Wo muss ich denn diesmal hin? Hier. Zur Urban Native Farm. Die hab ich doch auch ausgestattet. So, wo habt ihr denn hier Probleme? Zeigt mir das mal. Wieso sehe ich denn davon nix? Versorgung. Versorgung. Achso, das ist die, die ich hier hingeschickt hab. Da ist einer. Ja, was ist los? Ich bin... Es gibt ja eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Wieso schon wieder? Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. In Ordnung. Hm, noch mehr Raider, auch gut. Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Meine Herren. Die haben da oben jetzt nämlich auch schon Geschütztürme. Wie schaut's denn aus? Ich schau mal kurz. Ja, wieso nicht? Ich wollte eigentlich hier... Betten vier, Leute drei, Essen zehn, Wasser zwölf, Energie drei. Haben die auch. Ja, die brauchen auch nix. Wir haben ja hier... Das Licht funktioniert hier, was wir hier drin haben. Alles gut. Schutz 32, Moral nach oben. Alles klar. Gut. Ja, machen wir hier ein bisschen... Siedlungspatrouille. Auch nicht schlecht. Machen wir die im Blatt. Und dann würde ich mich mir gerne wieder einer Aufgabe widmen. Den Ridership haben wir jetzt ja auch. Den müssen wir noch analysieren lassen. Und dann wieder ohne Handzug. Kollegen, wo seid ihr? Oh, hier ist eine. Das ist Knarre. Ja, die Knarre, ne? Die ist ja echt lecker. Ich... Also, die hat einen Durchschlag. Ach, guck mal. Und ich hab mich ja... Ich bin ja durch das Bauen und so, bin ja natürlich auch ein bisschen aufgestiegen und hatte mir jetzt den Rüstmeister auf... Was ist das denn? Was ist das denn? Wo? Ach, da unten. Da war eine Etage tiefer. Was? Den Rüstmeister auf Level 2 gemacht hat. Ich müsste eigentlich mal gucken. Ich kann mir entsprechend... Ein bisschen was upgraden. Das müsste eigentlich gehen. Das würde ich eigentlich jetzt auch... Während der Aufnahme machen. War hier nicht einer? So, alles klar. Hier drüben. Nein, ich hab ja gar keinen Anzug. Ach man, ey. Ungewohnheit. Noch eine? Rekrutierungsfall. Ach, apropos, ne? Da ist ja noch dieses eine Signal, was ich finden muss. Hm. Eigentlich hab ich hier alle ausgeschaltet, ne? Was ich mein, ich war ja hier schon. Aber hier ist anscheinend auch wieder alles voll. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Welches Terminal? Och, guck mal. Hier liegt sogar eine Mini-Atombombe. Ich weiß es ja nicht. Hier war, glaube ich, das allererste Heft, was ich gefunden habe. Das lag ja auf dem Tisch. Das ist sehr schön. Ah, da sie juckt. Das wär's. Sehr schön. Und da. Ich hatte markiert, wo Kupfer drin ist, weil mir Kupfer fehlte. Das bedeutet die Lupe hinter den Gegenständen. Aber ich glaube, das ist eh allseits bekannt. Leicht erkältet. Fühlt mich ein bisschen merkwürdig an. Merkwürdiger als sonst. So, wo sind denn hier noch ein paar Kollegen? Wer möchte denn, wer will... Aber sowas von... Da. Wer will nochmal, wer hat noch nicht... Hier noch einer. Was? Na, wenn ich nix bin, dann kannst du mich ignorieren. Äh... Oder... Was? Warte ich mich noch bei... Ehe, ich lebe kurz in die Ruhe, hinten? So. So. Da ist auch noch einer. Guck mal, ist schon abgeschlossen. Obwohl noch einer rumhängt. Ach schade, der ist nicht mehr da. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ey, das ist unglaublich, was denn die Flirten. Durchschlagskraft hat. Das Teil ist echt geil. Ist ja so die effektivste Kaffe, die ich hatte. Im Spiel muss ich eingestehen. Die Kombination aus Durchschlagskraft und Feuerrate sind wirklich entscheidend. So, was haben wir noch hier? Besen. Ganz viele technische Dokumente. Die technischen Dokumente, die können wir auch mal abgeben. Da hab ich ja mittlerweile auch schon wieder einige gesammelt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man. Wie kommen die denn alle hier? Cool wegen Bahnschälen? Na ja. Ach. Kommt dem aus dem Arsch gekrochen? Hast du gesehen? Oh Gott. Igidigid. So. Wer will nochmal da? Hier habe ich noch nicht gelootet. Hm. Guck mal ein Auge. Ach. Ach. Ist doch. Eines kalter Kaffee hier. Wollen wir hier mal gucken. Was war denn hier? Ach guck mal. Im Spind. Gut. Nehmen wir natürlich auch mit. Gut. Haben wir alles. Gut. Hier noch. Ja. Wenn schon, denn schon. So. Und den auch noch. Knorpel. Ich glaube wir können. Wir sind fertig. Hier war ich gerade drin. Fertig mit Nerven. Fertig mit Nerven. Zurück. An der Oberfläche. Das war jetzt aber auch eine Aufgabe für die Siedlung. Und ähm. Geht mir gerade ein bisschen um den Nerv. Da. Da. Da müssen wir noch hin. Guck mal hier. Sicher die Werkstatt. Ah. Schon eine Portfolio. Ach da müssen wir auch noch hin. Den goldenen Grashüpfer. Runnership analysieren. Natürlich. Ja. Den werde ich berichten. Und äh. Ähm. 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 Wenn wir schon mal dabei sind. Da. Dann kann ich auch eben hier. Und. 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 Und.